Hitze, 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 SWR3-Titel, damit die Menschen in Deutschland gefühlt nicht alle kollabieren. Oder hier t-online.de, das ist eine Frage des Überlebens. Und immer wieder geht es ja um eine Zahl, 4.500 Menschen leben. Das Statistische Bundesamt, sie schreiben, als direkte Todesursache lässt sich Hitze bei durchschnittlich 19 Fällen pro Jahr allerdings selten feststellen. Sehr hohe Temperaturen lassen die Sterblichkeit jedoch, was? 19? Also ich meine, worüber reden wir eigentlich? Das wird gerade so medial als Sau durchs Dorf getrieben. Ja, 4.500 und Karl Lauterbach und die Menschenleben müssen wir schützen und es sind aber in der Tat 19. Und dann suchen wir Anzahl der Sterbefälle in Folge von Hitze, genau wie es ja auf der Zeit auch geschrieben wurde, und Sonnenlicht in Deutschland. Und dann sehen wir, oh, es sind also maximal im Jahr 2015 60 Menschen gewesen.